Auch in Q4 zieht Veracity richtig durch, das gesamte Jahr 2023 war ja schon recht erfolgreich und ein Ende ist aktuell noch nicht in Sicht, denn sie haben vor kurzem die Vera Ads angekündigt. Das heißt hier schauen wir mal rein, was das überhaupt ist und was es für einen Mehrwert bringt, denn ihr wisst es ja, sobald es bei Veracity was Neues gibt, machen wir natürlich auch ein Update, das letzte Video vor ca. 11 Tagen. Ansonsten gehen wir auch nochmal auf das preisliche ein, auf die Performance, kurz ab nochmal auf das Burning, natürlich auch die Vera Ads und wir schauen uns mal an, was sie in 2023 alles geleistet haben. Und dann werden wir natürlich auch nochmal einen Blick auf die Roadmap werfen, denn da haben wir eine interessante Erkenntnis, das heißt du siehst natürlich, wir haben hier einiges zu besprechen. Erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Crypto. Wir haben einiges zu besprechen, das heißt bleib gerne bis zum Ende dran und ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt rein. Lass mir gerne noch ein Like da, sag mir gerne den Support und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann lass mir natürlich gerne ein Abo da. Denn hier geht alles rund um das Thema Crypto-Währungen, Crypto-Vorstellungen, Crypto-Updates und vieles, vieles mehr. Und morgen erwartet dich eine Portfolio-Bewertung, ansonsten würde ich mal sagen, wir starten direkt rein nach dem Disclaimer. Veracity gibt es natürlich auf Maxi zu kaufen, meine Börse der Wahl, insbesondere wenn es um Small Caps geht. Über 1600 Crypto-Währungen haben wir hier verfügbar und was sehr wichtig ist, keine Spot-Maker. Und Taker-Gebühren, das heißt Oldling ist kostenlos und Futures Trading ebenfalls ideal, nur 0,02% Taker-Gebühren, keine Maker-Gebühren, das heißt ein ideales Gesamtprodukt. Plus dazu kannst du dir natürlich auch nochmal Bonis einholen und mit dem Link unten in der Beschreibung sicherst du dir 10% lebenslang auf die jetzt schon niedrigen Gebühren. Ich würde sagen, dass wir hier mal ganz kurz auf das Preisliche drauf eingehen, wie sieht es aktuell bei Veracity aus, eine Kurs-Performance innerhalb des letzten Monats von ca. 32%. Das ist eine positive Korrelation, mehr oder minder die gleiche Performance wie die aktuelle Market Cap vom gesamten Kryptomarkt. Und wir sind seit dem Allzeithoch immer noch ca. 91% gefallen, was natürlich immens ist. Ansonsten sehr Veracity-typisch, das Volumen sehr sehr hoch. Und was sehr interessant ist, ist, dass Veracity meines Empfindens nach natürlich immer noch recht günstig ist. Wir meinten ja, wir stehen hier gerade am Anfang und es gibt auf jeden Fall noch einige Gems zu kaufen, zu einem sehr guten Preis. Dann möchte ich mit euch mal über die Burning-Thematik sprechen, denn das ist wirklich sehr interessant. Das Burning bezieht sich natürlich auch irgendwo auf den Erfolg von Veracity. Und da sehen wir es tatsächlich, quartalsweise werden hier Token geburnt. Und das sehr interessant ist, dass es ansteigt. Hier sehen wir es nämlich 240 Millionen Token, das heißt 2 Millionen US-Dollar, was echt nicht wenig ist, wenn wir uns mal die normale totale Market Cap hier anschauen. Dann ist es auf jeden Fall schon mal einiges, das Quartal 4 nimmt auch so langsam mehr oder weniger sein Ende. Das heißt, hier können wir auch gespannt sein. Und es könnte natürlich auch sein, dass Veracity hier nochmal vom Burning Ends drauf packt. Das wird zumindest hier auch für das Q4 antizipiert, weil Q4 natürlich mit am Umsatzstärksten ist. Deswegen werden sehr sehr viele Werbungen geschalten und genau deswegen ist der Use Case von Veracity besonders in Q4 natürlich auch nochmal wichtiger und essentieller. Auf jeden Fall eine interessante Theorie, da können wir gerne mal am Ende des Jahres nochmal drauf schauen, beziehungsweise Anfang schon des nächsten Jahres. Ansonsten möchte ich mit euch unbedingt über die Vera Ads sprechen, denn das ist tatsächlich krass. Das kam so mehr oder weniger aus dem Nichts. Wir wissen natürlich, was die Pläne von Veracity sind. Sie haben das Jahr 2023 und 2022 sehr stark am Produkt gearbeitet. Da können wir mal bei der Veracity Playlist vorbeischauen. Damals gab es zum Beispiel noch einen Fokus auf eSports und so weiter, Watch2earn. Jetzt sind sie davon mehr oder weniger weggekommen. Also eSports ist kein Thema mehr. Sie hatten ja damals so eine Art Plattform, Streaming Plattform wie Twitch aufgebaut. Nur halt natürlich mit Watch2earn Prozessen und vieles weiteres. Wollten sich auch den NFTs widmen. Jetzt haben wir gesehen, sie haben auf jeden Fall viele Bereiche weggekartet und spezifizieren sich hier auf das Wichtigste. Und zwar auf ihre patentierte Technologie Proof of View, um eben in einem Multi-Milliarden-Dollar-Markt Fuß zu fassen. Und genau deswegen hier natürlich auch Vera Ads passend dazu. Das heißt natürlich auch hier Hauptschwerpunkt Proof of View Technologie, Verhinderung von Anzeigenbetrug. Und Vera Ads ist hier der neueste Dienst von Veracity. Und hier wird es nämlich wirklich interessant, denn dieser wird verwendet, um Web3-Publisher und Unternehmen direkt in Vera Views mit einzubinden, um das Videoinventar zu monetarisieren, Geschäfte über traditionelle Werbekanäle aufzubauen und auszubauen. Und hier wird es wirklich interessant, denn sie hatten ja damals schon eine Bright Cove Partnerschaft. Das heißt ja, Veracity ist in Anwendung und jetzt wird die Anwendung nur weiter und weiter getrieben und das wird eben mit Vera Ads möglich gemacht. Das heißt, wir sehen natürlich, jetzt arbeiten sie am Produkt, beziehungsweise konnten sie hier große Fortschritte erzielen und versuchen jetzt so viel reale Anwendung wie möglich einzuheimsen. Wir könnten davon sprechen, dass sie jetzt das volle Potenzial realisieren wollen und genau deswegen natürlich auch beispielsweise hier diese Layer 1 Migration der Proof of View Market Token. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, kein Problem, ich verlinke dir das Video gerne hier oben oder am Ende des Videos. Die Entwicklung ist auf jeden Fall sehr interessant, natürlich nicht nur von Burning, sondern auch von den Vera Ads, gepaart mit dem immer noch recht günstigen Preis, beziehungsweise mit der recht niedrigen Market Cap. Erzählt wurde ja auch noch, dass Web3-Blockchain-Metaverse und die Technologie sich sehr, sehr schnell erweitert hat, somit sich natürlich auch der Traffic erhöht hat. Und das Coole ist, wenn wir hier mal weiterlesen, Vera Ads wird es Veracity ermöglichen, seine Publisher-Basis zu erweitern, Einnahmen zu generieren und seine Kundenliste zu erweitern. Das heißt, wie gesagt, das, was ich eben schon erklärt habe. Und sie wollen mit Vera Ads die Lücke zwischen Web2 und Web3-Marketing schließen. Und wenn wir das Zitat mal etwas aufschlüsseln, was Elliot Hill hier, der CMO von Veracity, gesagt hat, er meinte nämlich, dass diese Lücke zwischen Web2 und Web3 schwierig zu schließen war, hat deswegen natürlich auch hier eine Notwendigkeit gesehen. Und es ist natürlich auch ein tiefes Know-how erforderlich, das heißt, das kann nicht jeder machen. Und man ist auf jeden Fall am Zahn der Zeit, denn mit Vera Ads kann schneller und transparenter skaliert werden und auch neue Technologie wie Metaverse-Werbung erforschen, sobald diese stattfinden. Das heißt natürlich auch hier sehr, sehr zukunftsorientiert. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Das heißt, sie versuchen jetzt, die Trends zu setzen, beziehungsweise Trends vorzeitig zu erkennen. Damals mit Veracity eSports Watch to Earn. Es war cool, aber es war natürlich nichts wirklich Innovatives, nichts, was es schon nicht bei anderen Ecken gab. Das heißt, Vera Ads steht in den Startlöchern. Sobald es neue Informationen gibt, meinten sie auch, werden sie natürlich darüber berichten. Und sobald es neue Informationen gibt, werde ich auch darüber berichten. Und es hilft, das Veracity-Ökosystem voranzubringen. Bezüglich der Roadmap, was ist hier denn so interessant? Wir müssen mal schauen. Hier sehen wir tatsächlich nichts von den großen, bahnbrechenden Updates. Das heißt, hier wurde sich mehr oder weniger auf Vera Views fokussiert, Vera Views fokussiert, auch Vera Wallet. Das sind so die Hauptschwerpunkte von Q3 und Q4. Und wenn wir mal schauen, was eigentlich die großen Brocken waren bei Veracity. Die News, die waren nicht mal bei der Roadmap mit vorhanden. Das heißt, der Token Burn von 50 Prozent, der stand da nicht mehr drin. Das Veracity Tokenomics Update, die Consultation stand nicht mehr drin. Vera Ads stand ebenfalls nicht mehr drin. Genau deswegen meinte ich auch, dass sie eben ihre Leistungen hier outperformen. Und 2023 war natürlich so oder so ein recht erfolgreiches Jahr für Veracity. Denn wenn wir mal auf das letzte Jahr blicken, da waren wir bei einem Preis von 0,002 US-Dollar circa. Von da an haben wir ein gutes 3x gemacht. Und auch die Leistung rund um das Produkt von Veracity. Glücklicher könnte man hier eigentlich nicht sein. Und falls du Interesse an Veracity hast, dann check gerne Maxi aus. Aber somit war es das erstmal von meinem Part. Ich fand das unglaublich spannend. Schreib du mir mal gerne deine Meinung in die Kommentare. Und wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, natürlich auch ein Hashtag Veracity. Ansonsten würde ich sagen, das war es schon für heute. Morgen erwarte dich eine Portfoliobewertung und am Montag das Casper Vorstellungsvideo. Bis dahin. Peace out.